Was bedeutet eigentlich E15 bei einer Bosch oder Siemens Spülmaschine und was mache ich, wenn andauernd die Ablaufpumpe läuft, obwohl das Gerät gar nicht eingeschaltet ist? Genau das besprechen wir heute in diesem Video. Ich grüße euch heute mal wieder aus meiner Werkstatt und ihr seht schon, es geht um das Thema Spülmaschine. Ich habe hier ein Gerät einfach mal ausgebaut, um euch die Problematik besser zeigen zu können. E15 steht dafür, dass irgendwo im Gerät eine Undichtigkeit ist. Ganz unten in der Bodenwanne ist ein Schwimmschalter integriert. Wenn irgendwo im Gerät eine Undichtigkeit ist, läuft das Wasser dort hinein, eine Styropor-Scheibe schwimmt auf und löst einen Kontaktschalter aus. Dann weiß die Elektronik, ah, irgendwo ist eine Undichtigkeit und sofern das Gerät eingeschaltet ist, wird sofort die Wasserzufuhr unterbrochen. Schlaue Ingenieure haben sich vor vielen Jahren überlegt, okay, wenn irgendwo Wasser in dem Gerät ist, dann macht es vielleicht Sinn, abzupumpen. Also wird auch die Ablaufpumpe eingeschaltet. Und je nachdem, welcher Hersteller das ist, wird diese Ablaufpumpe so lange eingeschaltet, entweder bis das Wasser unten aus der Bodenwanne wieder raus ist oder bis man den Netzstecker zieht. So, also das Gerät hat erkannt, es ist Wasser in der Bodenwanne, also irgendwo ist eine Undichtigkeit und gibt den Fehler E15 raus. Was können wir jetzt machen? Naja, wir müssen natürlich die Undichtigkeit lokalisieren. Dafür wird vorne die Sockelblende von der Küche abgenommen und dann gibt es hier so ein Abdeckblech, das habe ich jetzt hier schon mal abgemacht. Und dann kann man einfach mal von vorne reinschauen. Natürlich sollte vorher der Netzstecker gezogen werden, denn ihr seht schon, hier sind ganz viele Leitungen und stromführende Elemente. Nicht, dass man hier noch irgendeinen Gewisch bekommt. Eine Undichtigkeit kann prinzipiell überall auftreten. Überall, wo Schläuche sind, Steckverbindungen sind, kann natürlich Wasser auftreten. Es lohnt sich aber auch auf jeden Fall mal einen Blick in den oberen Bereich, denn da ist die Verbindung zwischen dem sogenannten Pumpentopf, den habe ich euch mal hier mitgebracht, und dem Edelstahlbehälter. Der Edelstahlbehälter ist das, was wir von innen sehen und hier am Pumpentopf, das ist der tiefste Punkt von dem Gerät, hier sind auch die ganzen Bauteile dran, hier etwa die Heizpumpe und die Ablaufpumpe. Und ihr seht, dort ist eine Dichtung eingelassen. Also diese Dichtung verbindet den Pumpentopf mit dem Edelstahlbehälter. Und ab und an kann es vorkommen, dass diese Dichtung hier undicht wird und dann tritt hier Wasser raus. Manchmal passiert das erst bei etwas höheren Temperaturen, dann ist der Fehler relativ schwer zu entdecken. Aber wenn man schon sieht, ah, da sind solche Wasserspuren zu sehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Dichtung defekt ist. Was kann man jetzt machen? Die Dichtung gibt es leider nicht einzeln, sondern wenn, müsste hier dieser komplette Pumpentopf gewechselt werden. Und das ist wirklich nach Heidenarbeit. Das komplette Gerät muss auseinandergenommen werden, aus der Küche ausgebaut werden, und damit ist man wirklich mehrere Stunden beschäftigt. Seit einiger Zeit gibt es einen Reparatursatz, und der besteht im Wesentlichen aus solch einer Dichtung. Diese Dichtung wird einfach zusätzlich zu der bereits vorhandenen Dichtung hier in den Pumpentopf hineingegeben und dichtet damit wieder ab. Das sieht jetzt hier relativ einfach aus. Das Problem ist, hier drüber sitzt noch der Edelstahlbehälter. Es verfordert wirklich viel Geschick, diese Dichtung in den Pumpentopf einzusetzen. Der Vorteil ist, man braucht das Gerät dafür nicht auszubauen. Ihr wisst, Reparaturen an Elektro-Großgeräten sind nur durch Elektrofachkräfte durchzuführen, und nach der Reparatur ist auch eine Messung nach DINVDE 0701 und 0702 durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr von dem Gerät ausgeht. Natürlich ist diese Dichtung nur eine Möglichkeit, wo der Geschirrspüler undicht sein kann. Welches Bauteil genau defekt ist, muss natürlich in jedem Fall einzeln entschieden werden und dann das entsprechende Bauteil getauscht werden. Fassen wir nochmal zusammen. E15 bedeutet, irgendwo ist Wasser in der Bodenwanne, irgendwo ist das Gerät undicht und der Techniker muss dann herausfinden, wo diese Undichtigkeit herkommt und diese beheben. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.